halli hallo leute schön dass wir hier seid beim minecraft ja wir sind hier wieder zurück wir werden ja mal unseren staff laden ich habe ein magnet gebaut ziemlich einfach ein paar sachen gemacht habe da brauche ich einen magnet dazu und dann wie wir hier sehen war es schon weggeräumt wie ich gesagt habe weil ich das zum weg räumen ganz fertig ist es noch nicht aber man hier sieht ein kleines häusers ist entstanden habe ich hier vorne ist oder zugebaut einfach so schön und hier drin habe ich ein bisschen eingerichtet also hier an der sägen mehl und ofen war speyer einheit mehr man sieht wir haben 19.000 die drei soldat hier die ganzen wands aufgehängt und das system bisschen gefüllt dann hätten habe ich noch einen kleinen raum gebaut hier ja auch einen raum da kommt dann und aktuelle editions der erzauberungsgeschrei irgendwann mal so ist der plan keine ahnung ob ich das design hier so lassen werde ich habe einfach keinen plan ich bin einfach ein guter bauer also wir fahren da keine guten designs im ein aber das wenn man ja dann laufe der ganzen season noch sehen noch mal daraus noch ändern oder nicht search box normal auto select okay das kann man hier nicht machen dass wir das ein bisschen kleiner kriegt hier weil es verwirrt folgen was so viel zur auswahl hat man einfach nicht so bis hierhin bei ideal naja ok auch egal gut hier habe ich einige kraft und die wassachen vorbereitet haben die wir uns anschauen werden hier eine batterie eine batterie von aktuell edition dieser easy g zu bauen bauen wir es mal damit wir eben drill und das haben dann fangen wir hier an hier habe ich irgendwas gebaut eine bomb eine range bump das ist das gleiche wie von extra utilities diese pumpe die es mal gab diese thermalpumpe oder wie die heißt die halt lavablöcke abbaut und dann stein block platziert die wir brauchen war der einmal zurück gut dann haben wir hier ein jetpack ist ein bisschen aufwändiger zu kraft aber es geht dass wir jetzt zum kalt auch nehmen haben wir da rezept nein ok das kräften wir dann weiter damit wir das besser rauskriegen hier zwei die eins das sollte er vorerst mal genügen dann haben wir hier hier fliegen platz man sieht oder auch nicht zieht ich kann das rezept hier haben wir ein handy bag das ist ein bisschen was ein bisschen ender bürger hier guckt und vier soll jetzt mal vier raus davon in der bürger vier was das handy bag macht kann man hier bis anschauen aber ich werde ich dann gleich erklärt interessante sache hier haben wir abgeholt das handy bag das kommt ja dann kommt bekommt man das größere handy bag hier haben wir so memory cards die geht eigentlich einfach mit diesen ender alloy da kriegt man die zwei stück so was haben wir hier ja mal ein magmatik generator von extra utilities einmal wieder und irgendwo woanders müsste auch noch ein generator sein ja laber generator mk1 von simpel generators die sollten eigentlich handelt ich das selber sein denn das ist der nachbau von extra utilities als da gab es extra utilities noch nicht da hat jemand anders die sozusagen nachgebaut da gibt es dann hat mk2 und mk3 wie es früher so war heutzutage bei extra utilities 2 gibt es ja nur noch den und die kam mit speed upgrades erhöhen so handy bag wenn wir jetzt drücken sind in seinem tag ganz anders aus und dass das handy bag das fügt hier noch zusätzlich mit tassler dazu aber dafür braucht man eine memory karte steht hier oben rein und jetzt kommen auf die ganzen slots noch zusätzlich dazu greifen und diese memory karten gibt es in verschiedene größen hier sechs ist das kleinste und man sieht schon oben das deck hoch zwei also 64 items pro slot können wir jetzt hier tun dann gibt es dann das größere das 8er da kann man 256 also hier 256 holz 256 kabel oder 10 x 256 kabel ist egal in jedem slot oder hier zum beispiel dauernd 24 oder hier vierte und sechs und neunzeig so könnte man hier auf 1496 kannst du rein tun das so art mb system für unser inventar ungefähr könnt ihr das vorstellen weil wir eben hier das wird also in daten gesperrt und nicht mehr richtig gesperrt nachteil ist wenn man das handyback hier haben das hat die frage kann man das irgendwo unter bubbles rein tun das sind dafür dass du die andere hand jetzt mal bubbles gehen natürlich zu weit weg geworfen kann man das da in korentun natürlich in die andere hand geht aber sonst geht nicht schade hier kann man jetzt rein tun hat dann natürlich noch cool wenn das ego hier rein packen könnte dass das standard wie sie ist weiß nicht in dem wir da haben muss aber jetzt ist der vorteil man kann dann gewisse sachen hier rein legen sich wenn die magnete rein lege ist das sozusagen ausgeschaltet aber zum beispiel hier ist ein ganz schiesel brauche ich nicht die bräume nicht immerhin immer da ein hauptimitar weil man so auf dem crafting thema geht hat man trotzdem das hauptimitar das heißt hier kommen eigentlich nur sachen rein die man nicht immer zum kraften braucht so ist es mein plan für elektromagnet oder einmal einmal ist immer gut mit zu haben das goldene lasso habe ich auch gebaut ist ja auch nicht so schwer kann man auch nur noch mal kraftig der macht weil er 8 xp braucht geht hier drin nicht kraften so als info haben das städte und das müssen erst mal laden das haben jetzt mal laden hier jetpack und was haben wir noch gekraftet die batterie mit dem jetpack mit aufpassen dass wir nicht am wohnen klatschen dass wir so eine sache werden wie oft dieser sterben werde ich weiß es echt nicht cover mode ist die sehwelt gut als eine gesplatte und dann sie machen wir können fliegen man muss natürlich aufpassen überfliegt dass man keinen schaden kriegt wenn man zu hoch unterkleidung schaden muss man halt ein bisschen wegen lernen wird schwierig aber wenn wir das auch hinbekommen weit vorsichtig sein wird ziemlich schwierig ganz ehrlich aber was damit machen so wir haben dann noch hier so muss ich dann mal das und dann sehen wir auf der rechten seite ja wir haben folgende aufträge noch gebrauchen obsidian wir brauchen blaze und rüstung und hier drin habe ich ja auch rausgenommen hier haben wir noch drin genau hier brauchen wir noch blaze deswegen auch das jetpack damit wir leichter an den blaze ankommen ideal wäre natürlich noch wenn wir suchen und da noch irgendwelche amor ding ausbauen und zwar nano wäre halt nicht so verkehrt aber es hat wieder so ic mäßig können aber es gibt ja diese dark boots ein bau ort blip was im bau ort 95 prozent schaden absurde bei ok wir haben hier kein strom weil die batterie alles braucht hier aber die gleich voll das heißt gleich immer wieder strom zack voll gut dann sollte hier auch gleich wieder strom kommen bald hoffe ich halt aufgeladen ist kapazitabank auch der voll dann strom hier wieder so wieder online unser system also dax die stellen wir wie folgt her heißen kohle das obsidian und das immer wieder bei thema wir brauchen ob sie die an wir können jetzt mal gucken für die rüstung brauchen wir füße das heißt vier mal ein helm 5 6 7 8 9 10 11 11 13 16 stück 16 mal das 16 mal eisen und 16 mal kohle dass ich glaube kohle das habe ich sogar oder kohle bauder geht auch so dann hier auf l l only und zack da kann der hier arbeiten wo erst mal gut dass meine hände weg so jetzt blät packen wir hier oben hin weiß unser jetpack verlieren oder etwas kann man sie dann ja ausnehmen oder wenn mein kampf verwickelt sind was wir noch brauchen werden das warum mal gucken xp irgendwas gedöhnt mal gucken was wir haben xp war ne von obelisk also nach ihnen ziehen das obelis genau ich bin und den brauchen wir da packen wir brauchen wir dieses tag so allerdings gedöhnt das ist so ist und gold sowohl sind gemacht und rein und gold hier kann man nicht aber wir haben drin noch alles weiter den habe ich hier extra gelassen vielleicht braucht man die noch was kann man das hier schmelzen ja hier außen das läuft wunderbar immer immer viel los hier ihr seht schon also ein rochstoff wird das nicht mehr mangelt ja hier habe ich die mal hingedacht damit das schneller ist er einfach nicht mehr nachgekommen ist jetzt die lehrer jetzt kann man dann eben aufhören also einfach so extrem zurückgestaut hat ich habe hier schon die große maschine ich habe speed up geht es aber noch nicht aber wir haben keinen strom das heißt immer weg tun klima strom auch mal da geht es vielleicht noch schneller irgendwo steht sonst war ich hier nur mensch ok und hier haben wir natürlich auch wieder zu viel kack drin dass er nichts mehr rausschmeißen kann kriegst du hier wieder flint bis jetzt auch wieder flint nur mensch haben wir jürger ja das heißt mehr sparen sollte er nicht zu schwer sein da brauchen wir heißen und geht das nicht doch einmal der kasse mit der arbeit gott der hat ja eh zu tun genau das nehmen wir mit so jemanden haben jetzt auch genug also daran wird es auch nicht mehr scheitern vermute ich mal wie geht schlafen haben jetzt auch mit hier und links oben sehen wir natürlich wie voll unser chat pack ist 99 prozent so 14 aber schon also das heißt da geht schon einiges raus mal nehmen wir das tor an die schule genau und so und so das 1 waren die füße genau das heißt wir müssen jetzt gucken natürlich rein rechnerisch wenn du fast weniger sind unsere anrüstung oder 24 5 1 halb 2 4 1 halbe so ist sogar schwächer die hose schon mal allein schwächer man müsste sie halt upgraden das wäre es halt das heißt wir könnten mal ein dann will bauen geht haben wir mal bauen ich habe den kopf noch dagegen glaube ich 3 hier glaube ich oder so und so oder umgekehrt ne ok dann bin ich zu dumm dann wird zu bauen ok anders so auch egal haben hat ein goldblock mehr den baum hat dann dahinten einfach mal rein so hier zack perfekt und dann mal gucken was wir hier brauchen damit die rauf verzaubern können ist mal vibrant crystal vibrant crystal das hier brauchen wir das das haben wir nicht das ist ich glaube der rote genau und der war redstone gold glowstone gold redstone und glowstone haben wir nicht mehr so viel das haben wir mal eine acht raus aber wir gehen dann eh gleich fahren das stimmt auch nicht so der müsste jetzt auch schon fertig sein hier genau ähm ähm das hätte werden sollen was nochmal eigentlich genau dieser url ist da das das kriegen wir dann gleich also haben wir schon ähm ähm obelisk der hier ok da fehlt das nach unten das so im maschinen frame da fehlt uns basic experience hier dann kann man sterben und es ist egal dann habe ich noch irgendwo hier genau der trashcan wo wir unsere rüstung mal wegschmeißen dann brauchen wir noch eine körle auf ende für das zwei bundes dann kommt das hier ist so so den bauen wir jetzt mal irgendwo hin am besten hier hin genau perfekt da können wir dann immer unsere ganzen xp speichern wir brauchen trotzdem noch eine enderbörle und dann brauchen wir noch ein ne ne wer ist denn der der rötchen da ähm ähm also da ist er ich dachte mir grad was hinten die scheißdinger so weib und crystal werden wir jetzt mal auf die schuhe backen damit ihr ein bisschen besser verzauert sind das geht dann ganz einfach dass das kostet viel dann ist er schon mal verzaubert hat im bau hat 1 drauf überlegen wir ein bauer zweimal sollen mal 50 prozent damit absorb was ist das braucht man für zwei für zwei brauchen ein basic kapazietor sollte auch nicht das problem sein basic kapazietor ist das das heißt viermal diener da zwei was finden da kupfer echt jetzt aber hier drüben kupfer ohne ende dass die lorem ok wir haben jetzt für extrem reaktors oder bekrägt das je nachdem was ihn möchte ok nicht wundern ich habe das vorher schocken war es voller blitz gewesen und ich habe die überwachungskamera auf und davon sind alle überwachenkamera voll hell geworden und so voll creepy irgendwie hat man direkt angst oder fetzt jetzt was davon mal los war ich war meine ganze moniker voll hell aufgeleuchtet mit den ganzen überwachungskamera voll arg ok gut basic kapazietor bank war das schon ein geschiss dabei und dann noch neben das fenster auch riesen hell erstmal damit echt gedacht und jetzt rast basic kapazietor aha ok ja wir sind bilder keine basic kapazieter bank aber die können wir jetzt auch verwenden kann man sich hier unten hin klatschen da haben wir hier auch strom zum laden bauen basic kapazieter und keine basic kapazieter bank wo einfach so ein geduld ist das reicht schon so du und du ist dann bauer absolut 60 prozent äh die rüste wenn wir ihn noch mal aufziehen bei dem aufladen oder auch nicht doch erled gut rein theoretisch müsste er im bauer drauf tun weib und christel damit wir die umbaut haben dafür haben wir zu wenig xp wie klimas xp am besten kohle farmen oder diesen mal fressender sechs stück das heißt wir können noch ein weib und christel machen schon mal viel wert war und haben wir zwei aber ich glaube wir haben eine macht genau haben wir noch einen dann nehmen wir uns mit die ruse hätten auf die ruse rau zack zack und zack da kann man die auch aufladen ist cool ich kann mal drüben laden weil hier ist energie drin die braucht 100.000 hier ist eine millione also locker locker vor krieg voll gut dann holen wir aber die hier hin die brotten 50.000 ist auch egal das können wir hier locker zusammen ja geht und so haben wir schon ein bisschen besser die rüstung was mir jetzt noch fehlt ist natürlich der kopf gehört noch verzaubert wir haben jetzt damit zweifel noch zwei level um die klima am schnellsten und am dümmsten möchte hier schon noch verzaubern zwei level brauchen wir noch wir könnten meinen gehen kohle zwar oder das kann man auch machen mit dem mann level wir haben natürlich nichts mehr kann man sich einfach mit dem hat nein ja die auch nicht ist doof ähm genau die lava generatoren wollte ich mir anschauen ähm hier ein und hier ein 100.000 eine million ok also bei dem magmatik generator weiß ich ja was er produziert magmatik generator ähm so kann man hier nachlesen der produziert 5.11 mit einem eimer sechs sekunden lang und das will ich eben nochmal testen ob das alles stimmt mit einem eimer okay so nicht dann so produziert aha aber wie lange der jetzt das produziert das auch kein mensch oder na mal guck und der der politik auf alle fälle und der war der 40 ok guck mal effizienter als 40 und 64 er hat 64 damit ich das habe und er hat 40 oder und zwar ich habe schon wieder vergeben kann ich dann nochmal nachschauen so der hat stolze 39.000 erf geschafft und ist leer und er hat schon einiges mehr das 300 zeit erschafft 40 80.000 ungefähr oder mk1 labe genaht aus dem bis generator ist die mod kann ich raus lieber so halte ich das jetzt mal fest so da steht ihr 50 laba ok 40 ja gut gut der also also hast immer 50 ergibt unter der summe 5000 mal da hausend oder 5000 er wird mal gleich sehen wie viel rauskriegen da nicht genau 100.000 oder auch ein bisschen mehr wahrscheinlich ne genau also das einmal genau 100.000 das ist gar nicht mal so blöd gefällt mir und der ja kann man dann immer 39.000 raus aber hier hat 64 aber ne zahlt sich nicht aus vor allem ist der um einiges teurer glaub ich jetzt wieder weiß ich nicht mehr genau die einmal nehme ich jetzt mit das freundin die batterien nehme ich mit schalte ich an mit shift rechts klick man die anschalten dann wird hier nochmal alles in der hand hält geladen so nett so irgendwas wird geladen du warst nicht die frage ich glaube der drill ist geladen worden ok egal ja level kriege ich nicht mehr spät hammer das hätte ich eigentlich auch im bauern können wäre gescheiter gewesen aber jetzt vorteil ist ich glaube ich keinen schaden mehr oder ja seht ihr ich kriege keinen schaden mehr und die gerüstung absorbiert warum jetzt die rüstung nicht geladen wird wundert mich grad ok müssen wir ein bisschen drauf achten wird anscheinend nicht die rüstung geladen gut zu wissen muss man wissen ähm dann so so haben wir soweit alles dann gehen wir in den netter und organisieren uns blazerots aber das meine leute machen wir in der nächsten folge ich habe eh überzogen also bis dahin tschüss machts gut lasst like da und wir sehen uns leute ja